Hallo meine lieben Kinder. Lernen wir heute wieder drei neue Wörter. Was ist das? Das ist der Hals. Das ist der Hals. Das ist der Hals. Das ist der Hals. Was ist das? Das ist der Arm. Das ist der Arm. Was sind das? Das sind die Arme. Was ist das? Das ist die Hand. Das ist die Hand. Das ist die Hand. Was sind das? Das sind die Hände. 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 Schauen wir mal von vorne an. Das ist der Hals. Was ist das? Was ist das? Was ist das? das sind die Arme. Was ist das? Das ist die Hand. Was sind das? Das sind die Hände. Das ist der Hals. Das ist der Arm. Das sind die Arme. Das ist die Hand. Das sind die Hände. Dankeschön. Das war's für heute. Tschüss.